So Leute, ich bin jetzt... Wir sind jetzt auf der Animagic angekommen. Und wie ihr sehen könnt, ich bin einfach jetzt schon ultra fertig. Und ich habe nur Sachen zum Bring and Buy gebracht. Ich bin so am Arsch, mir ist so heiß. Und ich habe mal wieder meine Kamera vergessen. Ja, es ist echt voll. Vergiss es. Und ja, ich bin einfach mega verschwitzt. Und ihr werdet ja dann sehen, wie es ist. Also es drin ist echt voll. Und wir werden jetzt erstmal ein bisschen was essen. Tada! Wo ist das Essen? Ah, da. Also, fürs erste Mal bin ich erstmal over. Ja, da. 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 Pack auf, was wir... Wine. Wine. Weite deines Alntes. Yeah, die sind nice. Wasabi Edamama! Wir wieder. Oh mein Gott! Oh, die hatten wir schonmal. Nur mit Vanillecreme. Achso. Ich brauche meine Brille. Aufgekommen. Dankeschön. Dankeschön. Ist das der Happy Kid? Wer mag es nicht? Macha. Oh mein Gott! Wie geil! Und da ist doch noch was drin. Das ist just Japanese. Wie geil, was ist das? Warte. Oh mein Gott, wie geil! Guck mal! Wasabi Edamama! Yummy! Yummy! Ich glaube ich habe das selbe wie ihr. Bis auf dieses Fasage-Ding. Wie geil! Begeisterung macht sich breit. Jaaa! Hasselnüsse! Ich bin gegen Hasselnüsse allergisch! Jaaa! Scheiße! Das sieht wirklich lecker aus. Die sind sehr lecker. Die hatten mehr Schaden. Und jetzt kommt das Beste. The fuck ist das? Ich weiß nicht. Ein Bonbon! Eins! Ein Bonbon! Wow! Diese Marshmallows hier schmecken auch nicht wie Pommes. Was? Was für Marshmallows? Ich weiß, das sei nicht. Man schmeckt jetzt aber nicht, dass das Lidamame sein soll. Ich finde das schmeckt eins zu eins wie Matcha-Porki. Aber wirklich eins zu eins. die eine Nase-Ding. Die Hohche. Aber wirklich eins die Ruhigern. Das ist das Lidamame. Das ist das Lidamame, sehr wichtig. Das ist das Lidamame. Das ist das Lidamame. Das ist das Lidamame. Ich bin evidente, der Schadenbeater ist in der Nähe. Das ist das Lidamame. Amen. 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 Amen.